Willst du dich mal bitte als Privatkommissar Schlammes de Janeiro bitte? Ein Telefon? Okay, läuft. Soll ich das als Telefon nehmen? Ja, ja, ist okay. Oh Gott, was soll man denn sonst als Telefon nehmen? Prob bitte. Privatkommissar Schlammes de Janeiro. Alles gut. Noch mal ein bisschen männlicher bitte. Das ist eine Männerrolle. Kann mal jemand, kannst du, kannst du mal klingeln? Jetzt mach mal den Scheißkommiss-Casting. Mach das mal bitte jetzt. Kann mal einer klingeln? I take this. Bring. Privatkommissar Schlammes de Janeiro. Gut so. Wir rufen Sie an. Dankeschön. Dankeschön.